Ich brauche deine Hilfe. Wo sind sie? Es gibt für Vernehmung keinen besseren. Das Problem ist, Reise nicht zurückgekommen. Der Sergeant auch nicht. Dann mal! Ich verstehe ja, dass das Ganze ziemlich hart war. Aber Sie wollen nicht reden. Was ist passiert? Was war mit Sergeant West? Er hat mein Leben bedroht. Wir nennen so etwas ein Motiv. Und Sie haben jetzt eins. Sie haben Wests Leiche gesehen? Hast du ihn umgebracht? Sie glauben, Sie wissen alles. Also wer war's? Auf mich habt ihr es abgesehen, oder? Was wir über dich wissen, reicht von elektrischem Stuhl! Hat er es getan? Nein, Sir. Ja. Jetzt wird alles klar. Inwiefern? Die haben das geplant. Du lügst, Mann. Ich sage die Wahrheit. Es gibt unterschiedliche Wahrheiten. Er lügt doch. Da stehst du nicht durch. Das passt nicht zusammen. Zu müde zum Denken? Die Zeit läuft euch davon. Hört auf. Zurück. Die Zeit läuft euch davon. Nichts ist so, wie es scheint. Ich weiß, wer Sie sind. So tot. Sieh mal einer an. Was haben wir denn hier? Ja. Ich weiß, wer Sie sind.